Warum geht das nicht? Ihr wirst als YouTuber erwarten uns einen Satz. So, jetzt. Jetzt läuft es. Ich klatsch das. Ja, aber dann komm ich. So, auf geht's. Welche Map läuft? Kanäle. Felix, komm auf den Server, dann weiß ich das. Ihhh. Ihhh. Was? Kanäle. Mein DirectX hat wieder zugeschlafen. Alter, ich spawne und hier wird schon einer entschlossen. Ja, entweder DirectX Fehler oder der Anzeigetreiber wird nach einem schwerwiegenden Fehler wieder ausgeführt. Oder eins und eins, nee, DAT kann auch nicht funktionieren. Was am Arsch, Ferdi, das geht nicht. Team Vortex, train das so. Den kenn ich auch nicht. Woher? Haben wir da nicht letztes drauf gespielt? Ja, Endgame. Ja, genau. Die Wüsten-Map, da haben wir gezockt. Genau, die. Oh, ich bin bei nem Polacken im Team. Bei zwei Polacken, das kann ja nix werden. Ja. Wenn du dich jetzt bei 1 zu 1 beschwerst, dann kommt Marcel Davis und macht jetzt alles wieder ganz. Da hat er euch als Polacken will. Nö, da das öfters vorkommt, hab ich gesagt, wenn das jetzt demnächst nochmal öfters vorkommt, werde ich nen Gutachter einschalten und dann von meinem Sonderkönigungsrecht gebraucht machen. Ja, was? Ohne Marcel Davis? Nein, nicht ich. Ja, ohne Marcel Davis. Oh, Arm ist 1 zu 1. Hä? Meine Mausgebung. Tja, das ist diese Map. Die ist so verschissen. Ah, die Map, die ist... Manchmal läuft die auch gut. Wenn ich hier einen Sniper seh, der ohne 8x-Scope mit seiner Sniper spielt dann raus. Ne, hier spiel ich keinen Sniper, das ist gay. Mach doch auch schon auch mal Spaß. Oh, sorry. Echt, ey, Usas. Oh, ich wollte dich grad wiederbeleben, Andi hat mich erschossen. Ja, Usas. Was hast du denn für ne Kniffte gehabt, Mensch, ja? Usas. Ja, stimmt, ist ja verboten, aber ja. War gut, dass ich noch keinen Kill damit gemacht habe. Ja, überhaupt nicht. Ich opfer mein Leben und andere wiederzubeleben, denkst, die wiederbeleben mich? Nee, das weiß ich nicht. Wie denkst du die wiederbeleben nicht? Oh, Fick, wer hat mich da wiederbelebt? Ich? Fick dich. Gut. Wiederbelebt auch niemand mehr. Komm, das ist die Strafe. Ja, ich wollte die Waffe wechseln, entschuldige bitte. Bis einer weint. Bis einer heult, ja genau. Hier, Midi-Kid. Ne, das ist lang geworden, ich darf nicht mehr wiederbeleben. Ach, so was du denn jetzt. Fertig, danke fürs Wiederbeleben. Kein Ding, dich wiederbeleb' ich. Weimfam, ist nее? Dich wiederbeleb' ich, ok. Was? Hier, Fanny, hast n'Packen. Was ist? Da liegt n'Packen für dich. ahhhh, fuck! Ausgo. Schööööööööööööön. Eencewarchen, ich belebe trotzdem alle wieder. Ne, hier ist was los. 100 Punkte. Was? Fanny, sag what Noob, wenn da jemanden tötet. Haha. Héhě, héh Jasper! Prozent er konnte richtig sein wer gegen mich stirbt ist auch ein Loob und da kommt Andi, der nicht Loob ja Andi, du bist so ein das schon der Lambert Schultz wow ok jetzt gebe ich die auch nicht oh der ist noch ein Kran das soll dieser Lambert Schultz sein da ist einer auf dem Kran na lass ihn doch schieß ihn runter ihn weg snipen ja du mach doch genau du hast einen Sniper nächster Headshot verteilt nein es war keiner es kann jeder sein alter wo ist er hin doch war es war keiner du hast mich zweimal angefragt mir doch egal war kein Headshot doch nein war es nicht ne war dann Fanny mein Name in der Kack Jet jetzt hin alter haben die einen Jet in der Luft oder ne zwei mindestens naja ich würde dich mit einem Headshot das ist der Fehler wenn ich wieder belebe das ist der größte Fehler den man machen kann äh den du machen kannst nice Fanny boop das war jetzt ein Headshot nö war keiner war keiner? keiner ach du hast du die Mack noch? äh nö rex rex kommissar rex war das unfassbar denn hier am Kopf nein alter oh Gott da kam die Farmers auf mich zu Reflexe haben wie ne Katze jao boah ey ach Andi ist am Sniper voll Katz ah Andi Abschütze jae hee 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 Lambert Schulz auch eben da freut er sich jetzt ach ja man Medic haben wir nicht geht doch egal ist aus es das war mit auf dem Turm auf dem Kran Hater es das war mit auf dem Kran äh gibt sich ja gibt sich boah mit der Armbrust ey boah wie cool wo ist wo ist Gordon Gordon ist nicht da was sitzt du denn da an der Ecke am Camp ich hatte grad den Sniper vom Kran gekickt und wollte mich umdrehen da kamst du ja ich wurde halt fast neben dem Spawn und es ist auf dem Kran sowas macht doch kein Spaß der ist ja wieder unten du der hat 4 zu 11 ja ach ne Rat nur warum gegen mir das auf dem Kran ey echt mal wie schlecht muss man sein Moment mal der Granate er hat einen Kill gemacht und dann hab ich ihn wieder runter geholt mach doch nicht mal 1 Kill teilweise 4 zu 12 oder 4 zu 12 oder Hilfe ihn oh hat 7 zu 12 Boka war mir der Halbautosniper auf dem Kran Andi hat 9 zu 9 ich hab trotzdem Death wie nie und Andi hat 7 zu 8 mit der Lumberschutz ich bin besser ey da EOB der hat 10 K90 wie geil soll das denn gerade aus sein er ist grad einer einfach aus der Luft gefallen Fanny da hat ist er noch schlechter als du wow er hat 0,65er KD 0,65er ne er ist er besser als ich er ist er besser als ich er ist er besser als ich ich hab 0,63 ah was nein 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 nicht auf mich schießt doch du hast 0,73 0,63 kannst nachgucken Tokar ist das gar nicht stolz drauf ne der EOB Tokar Manni da oben an der Treppe ah ja er sieht mich natürlich wieder der Typ darf sich nicht Lapin nennen der muss sich Lapen nennen ja ich hatte dich aber schon ziemlich gut angefragt Andi ne das war jetzt keine Kunst für ihn ja ne aber ich hab mich gar nicht treffen können weil ich hab diesen Stängeling auch Lambert Schulze aber was ist mal Revanche Spidey ist drinne und Hellsgrim die haben alle Namen ey Andi du kriegst jetzt eine Offermüze oh ja kann ich schön singen hör auf Alter ich geb dir sogar 1 Euro genau ich geb dir 5 Euro du O'First damit mach ich Geld es ist Wunder das geht schon wieder los tschüss ey jetzt hast du deine Einnahmequelle Alter ESAs PL Junge er muss ja aufhören wenn er weiter singt kriegt er das Geld nicht genau na doch da kriegt er am Ende noch mehr Geld wenn er dann aufhören nee du Noob mit der M603 das ist meine Waffe du hast doch selbstsinn was willst du von mir das ist meine Waffe ich musste mal in der Stadt machen wenn er wieder so typen singen das ist Andi seine Noob Waffe ich brauche all mein Geld wenn ihr aufhören zu singen Alter ich hab meine Tastatur spack mega das hast du für eine ach bei dir spack doch alles das hast du für eine das hast du für eine das hast du für eine Bist du dumm du Ficker oder was nicht so gemein hier jetzt geht es los hier jetzt geht es los hier jetzt geht es los hier nope nope sorry Team ne ne nix sorry sag mal ich seh die Gegner nicht da ist einer und schon down M10 für U10 warum spielt warum spielt ihr mit Schmode die Hunde ist eigentlich immer auf dem Wellness Tempel weil er Wellness braucht da ist Wellness ich glaub ich auch weil er auf unserer Kanäle hier Wellness ist ich glaub so Ferdi warum musst du da stehen das ist für mich schon ich bin der Response Fanny Fanny was wird das überall Wellness ja 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 Alter leg mir ja Marsch du spawn ja jetzt geht es Alter jetzt geht es los spawn und sterben jetzt läuft es wieder richtig toll Karl ja ja wie ich das gesehen hab ist ja fast Körnel 620 oder warte dir fehlen noch 3000 Punkte ne ja ich ich krieg die Punkte aber nicht mehr so wie es gerade wäre 4.000 wieder werfen Kran voll in seinen Knie ey klar die Punkte schaffste doch die Runde noch ja nicht wenn ich spawn und sterbe 1500 haste schon mal wann bin ich noch im Kran was mach ich denn hier 20 Tickets habt noch Zeit ja er selbstmord 17 Tickets oh sie sollte sich mal zeigen ey find ich lustig zufälliger spawn und wo sitzt du auf dem Kran down right is down damn faggot 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 ja ach car wo bist du denn gewesen ja Melvi3 so ich so einfach wie überwählen ne ich war direkt vor dir ich wurde da gespawnt boah da haben wir es äh unser Thor Thor scheint wohl von Polen geliebt zu werden der spawnt da auch nicht mehr so schnell neiii der fährt nicht da so Maxiii und ich wurde zurück gemessert von Fargo MÜZIIII das macht sie sich na hat sie sich wieder ausgezogen wer zieht sich aus immer alter immer woher wusstest du das wir schon wieder diskutiert haben alter drei mann auf ihn soll ich denn da schießen alter ja auf alle drei gleichseitig das funktioniert mit der Sniper nicht der letzte Penner wie drei vor zwei Tage gespielt gab ernst ich spür gleich an Eier hier alter na Spaß ja läuft doch ne ass wenn ich bin der Penner und der Guffel springt vorbei und der Guffel springt ein bisschen tot Fadi hat an eindeutig dot 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 oh ja Polka f*** dich doch ey was ist mit dir denn nicht richtig oh ne wa du spielst ja noch die Runde geht gar nicht ich bin nur am verringen oh was mach ich denn jetzt das kommt ey die Runde war echt scheiße ja die war richtig kacke ich fand sie schön du hast du oder du hast du